Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung mit tragischen Konsequenzen. Und echtem Konfetti, dem Guten, die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen, aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Jo, ich bin früh dran, aber wir müssten jetzt gleich los. Schlendere ganz unverdächtig auf mich zu und dann schalten wir sie ab. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klopf nicht, lauf! Lauf! Lauf, ich schließe die Türen! Nur nochmal zur Erinnerung, wir beide sind auf der Flucht. Wir fliegen von hier, also immer schön weiter rennen. Äh, mal eben kurz zu den Plänen, die ich in Beto habe. Wir deaktivieren die Ressortproduktion, deaktivieren ihr Nachschiff und dann treten wir ihr gegenüber. Im Moment jedoch, lauf! Weitergehen, schön weitergehen! Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir, das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Äh, was? Für wie umhält ihr uns eigentlich? Oh! Und ich bin abonniets! Oh! Oh! Vielen Dank.